Endspurt in der Senftenberger Wilhelm-Piek-Straße. Im Moment laufen dort nur noch Restarbeiten. Der letzte Teilabschnitt, die Kreuzung zur Kellermannstraße, wurde in den Herbstferien fertiggestellt. Während der Sanierung wurden neue Leitungen verlegt, die Bushaltestellen neu gestaltet und eine neue Fahrbahndecke aufgebracht. Die wichtige Verbindungsstraße wird einen Monat eher fertig als geplant. Sie wird noch in diesem Monat freigegeben.